WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Sparen mit GOP – nichts leichter als das. Jede Woche offerieren wir Ihnen eine ganze Reihe von Produkten zum Aktionspreis. 20 bis 25 Prozent können Sie im Schnitt einsparen, wenn Sie Ihren Einkaufszettel nach dem GOP-Aktionenplan ausrichten. Und Sie wissen ja, es sind nicht irgendwelche Randartikel, die wir Ihnen anbieten, sondern Produkte, die Sie wirklich brauchen können. Ein Sonnenbrot kostet bei GOP nur 1,35 €. Und das Triopack Kambli-Bretzeli gibt es für nur 6,35 €. Alle 500g-Pakete der Napoli-Teigwaren kommen Sie 30 Rappen günstiger rüber. Zum Beispiel die Penne gibt es für nur 90 Rappen statt 1,20 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Satrap-Dampfbügel-Eisen für ganze 79 Franken. Sparen ja, aber nur beim Preis und nicht bei der Qualität. Das haben sich auch die Küchenchefen der GOP-Restaurante zum Ziel gesetzt. Wie jede Woche gibt es dort wieder ein besonders günstiges Menü unter 10 Franken. Diesmal Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Blumenkohl für nur 9,90 €. Und wenn Sie nicht wissen, was zu trinken, bestellen Sie doch einfach mal ein Glas Apfelsaft. Achtung, Achtung! Mitteilung an alle! Apfelsaft! Apfelsaft sucht den besten Grünschnabel der Saison! Im Fussball und auch im Eishockey! Grünschnäbel sind alle Spieler, die ihre erste Nazi-A-Saison spielen! Wählen Sie den besten Spieler zum Grünschnabel des Jahres! Voller Kraft mit Apfelsaft! Da und dort grassiert ja schon wieder das Fasnachtsfieber. Eine beliebte Medizin dagegen sind bestimmt die Fasnachtsküche. In den Goldbläden sind sie jetzt für Sie bereit, aber nur für eine kurze Zeit. Geniessen wir es also! Mit diesem Beitrag möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen wunderschönen Abend und morgen viel Vergnügen bei mir kaufen in unseren Läden. heute Morgen wieder zu sourieren. während deja wiederDIetz im